So, Hallihallo, wir sind beim zwölften Let's Head. Wir sind gerade in dieser Unterwasserwelt und versuchen jetzt gleich erstmal die Wassermenge zu beseitigen. Was ist denn das? So, falls jetzt jemand interessiert, parallel zu diesen ganzen Let's Play-Geschichten, bastle ich schon wieder in dem nächsten Sondervideo. Das ist noch scharf, ich muss aber auch mal sehen. Oh, oh. Oh, hier auf den Echten ein bisschen ab. Oh, hier auf den Echten. Oh, hier auf den Echten. Oh, hier auf den Echten. Das schockt mich total an, also... Ah, das sieht irgendwie ein bisschen... ...wegwürdig aus. Ja. Bauen wir da mal rein. Ja. Ok. Ah! Ja, das kriegen wir hin. Aber das ist noch ein Versteck. Oh! Den müssen wir ja irgendwie mitnehmen. Hm? Wie machen wir das denn jetzt? Ja. Brauche ich sonst jeden einzelnen mal weg? Ah! Hm. Hm. Okay. Gut. Wir brauchen echt diesen... ...das neue Update. Ich weiß nur nicht, wie das sich nennt. Ich hab's vergessen. Was ist das? Ja. Ey! Okay. Okay. Das kommt mir bekannt vor. Das ist, glaub ich, den ersten... ...oder zweiten Let's Play, glaub ich. Ja. Oh! 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 So ist doch! Das ist ja so... ...und dann... ...und dann muss man jetzt irgendwie... ...und dann... ...wir wissen, dass ich diesen... ...und dann... ...und dann... ...und dann... Geile Nummer. Jetzt hab ich nur, dass das auch so bleibt. Ja. Okay, gut. So, dann haben wir ja jetzt hier schon mal diese Bälle. Freigeschaltet irgendwie. Oh, hier sind wir wieder am Pau. Wuuuup. Okay. Oh, ich hab hier gerade gar nicht mehr gedacht. Okay, komm, wir haben ja so ein Supermissiles mal. Schnapp. Ah, ich würd' mal sagen... Mal kurz speichern. Dann können wir direkt weiter. Oh! Okay. 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 Oh, oh, oh. Hm. Speichern wir mal durch. Bis gleich. Kurze Pause. So, dann wollen wir hier direkt mal wieder weiter und weiter. Also das mit dem Ball habe ich irgendwie noch nicht so ganz gerafft. Also ich verstehe schon, dass ich den bewegen kann, aber die Stelle gerade eben, da müssen wir mal in Ruhe gucken. So, dann wollen wir hier wieder weiter. So, dann muss ich jetzt erst mal alles vernichten. Okay. Nee, da will ich dich nicht haben. Aber wie soll ich denn da über diese Mauer rüberkommen von vorhin? Ich bin so... Das schaffe ich nicht. Das war alles okay. Okay, damit öffnen sich dann die Türen. Das ist ein weiteres Ding. Oh, einfach mal weg. Gibt es da oben was für mich? Coole Effekt. Voll die Supernova. Ja, das Spiel ist noch komplett neu. Also, wie es ja schon sagt, es ist ein Remake, aber... Eigentlich, wenn man ehrlich ist, kann man echt sagen, dass es ein komplett eigenständiges Game ist. Die ganzen Ideen, die dazu... äh, uns geführt wurden. Also, Wahnsinn. Echt beeindruckend. Ah! Geil! Screw Attack, okay. Ja, fett. Yes! Jetzt haben wir's doch. Jetzt ist doch noch die Frage, ob damit auch irgendwie... ... ein Wäste vorankommt. Ah, das gefällt mir doch. Ja, das Zwischenspeichern ist nicht wegwert. Ah, das Zwischenspeichern ist nicht wegwert. Woa, 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 woa. Was ist das denn? Ach, Gott. Soll ich mich jetzt konzentrieren? Wenn, nee, gut. Woa! Woa... ... ... ... ... Ja. Alles klar. So viel auf einmal, damit hätte ich es nicht gerechnet. Na, lass mal da rein. Klack. Na. 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 Das war's für heute. Hey! Ich bin der Trage! ... und ich bin der Trage. Ich bin der Trage! Ich bin der Trage! Ich bin der Trage! So. Na komm schon. So. 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 Nehmen wir doch mal die Blockierung. Ah. Okay, wo bin ich jetzt? Ach, das ist ein richtiges System jetzt. Ah. Das ist natürlich jetzt richtig cool. Ja, wenn man jetzt natürlich die ganzen Let's Play geguckt hat, dann weiß man, und erinnert man sich, dass ich das damals nicht einsammeln konnte, beziehungsweise übersehen habe. Ah, yes. Da bin ich schon auf dem Eck, yes. Das bedeutet also, dass wir in diesem Raum jede Örtlichkeit auf der Karte wohl schnell erreichen können. Ist das wirklich super unkartisch. Ich kann mir eben überlegen, ob ich hier noch irgendwie was bestauben kann. Oh, eventuell. Der okay angeht. Wieso denn? Ist das auf jeden Fall die Folge, wo ich am meisten abstaube? Haha. Ah, jetzt fällt mir auch so viel ein, wo ich noch hin kann. Setzen wir mal den Marker weg und ersetzen ihn durch hier oben. Das ist im Augenblick auch geliebt. So, einmal zurück. Dann nehmen wir mal dich. Genau, wo sind wir jetzt? Ja, dann würde ich mal sagen, nutzen wir mal die Markierung. Was haben wir denn hier? Ja. Ja. Das war ein bisschen mehr klar. Yes! So bringt uns immer Spaß, wenn man so... ...ultra ist. So, so, so! Dann einmal hier rein. Ah! Das ist jetzt die Frage. Oh, nicht, dass ich das so packe. Ne, wie soll ich auch? Hm. So. Ja, vielleicht geht's ja auch von einem anderen... ...Bereich. So. Ja. Leute, Leute. Ich würde sagen, ich speichere hier mal ab. Sodass wir hier erstmal mit dem 12. Let's Play abschließen können. Mit dem Abstauer-Let's Play. Und dann starten wir gleich mit Nummer 13. Bis gleich.